Ja, Assetto Corsa ist zwar schon ein bisschen alt, doch durch Mods kann es wirklich noch atemberaubend gut aussehen. Wie ihr von hier zu hier kommt, das zeige ich euch heute in unter 5 Minuten. Moin Freunde, herzlich willkommen zum neuen Video hier auf Champion Joe. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Heute gibt es meine Grafiksettings und wie ihr das Spiel genauso aussehen lassen könnt wie bei mir. Also lasst gerne ein Like da, wenn euch das Video gefällt und wir starten rein mit den 4 Mods, die ihr dafür braucht. Nummer 1, der Content Manager. Der Content Manager ist ein Dateimanagementprogramm für RC, welches in erster Linie die alten Menüs von RC los wird. Es wird alles ein bisschen übersichtlicher, man bekommt extra Features, sowas wie Statistiken, es gibt Showrooms und vieles weiteres. Aber das allerwichtigste ist, dass ihr mit dem Content Manager Mods mit nur 3 Klicks installieren könnt. Also holt euch den Content Manager, den CM auf der Homepage. Alle Links sind natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung drin. Als zweites brauchen wir dann den Custom Shaders Patch. Und den könnt ihr euch direkt im Content Manager runterladen. Einfach hier auf Install klicken und danach empfiehlt es sich eigentlich, den Custom Shaders Patch immer so aktuell wie möglich zu halten. Immer die oberste Version einfach anklicken, dann wird der neueste Patch automatisch heruntergeladen und installiert. Ich persönlich nutze die Paid Variante vom Custom Shaders Patch. Die gibt es auf der Patreon Seite von Ilya Yusupov, dem Schöpfer des Content Managers und des CSP. Da müsst ihr ein bisschen was zahlen, da ist man glaube ich für einen Euro im Monat schon mit dabei. Also wirklich günstig und dafür bekommt ihr experimentelle Features und zum Beispiel den Regen, den es in der Setto Corsa gibt. Ist aber kein Muss, auch nicht um meine Settings zu benutzen, also überlegt euch das gut. Als drittes brauchen wir dann Pure. Das ist ebenfalls eine Paid Mod. Diesmal von Peter Böse gibt es auch auf Patreon. Das ist ein Programm, das bessere Lichtberechnungen zu AC bringt, neue Wolken und verschiedenste Wetterpresets. Also extrem wichtig, schaut da gerne mal rein. Und die ist heute ein absolutes Muss. Also falls ihr meine Settings nutzen wollt, braucht ihr Pure, könnt ihr euch da auch schon für einen kleinen Obolus holen. Es gibt auch eine kostenlose Variante, die ist allerdings schon ein bisschen älter und heißt Sol. Die könnt ihr auf Race Department runterladen. Ich habe euch beides unten verlinkt. Aber wie gesagt, wenn ihr meine Settings nutzen wollt, dann braucht ihr Pure. So und für den richtigen Look brauchen wir einen guten Post Processing Filter. Und mein Präferierter ist der aktuell Pure Life von Ambi. Das ist ein Deutscher, der macht Assetto Corsa Filter Par Exelors. Ich finde die wirklich richtig, richtig gut und mein Lieblingsfilter von ihm ist Pure Life Evo. Kann man sich kostenlos runterladen auf Race Department-Overtake. Und ich finde, der erzeugt einfach ein schönes, neutrales, ausgewogenes Bild, das am ehesten noch Richtung Fotorealismus geht. Aber es gibt ganz viele Filter da draußen. Die Experten unter euch schreibt gerne eure Lieblingsfilter in die Kommentare. Vielleicht machen wir da mal einen großen Vergleich. Und falls ihr in Probleme laufen solltet, irgendeine der vier Mods zu installieren, dann checkt gerne das Video aus, das ich jetzt oben rechts verlinkt habe. Da wird wirklich ganz langsam und ganz ruhig erklärt, wie ihr diese Mods installieren könnt. Also für alle, für die das heute zu schnell geht, gerne das Video abchecken. Und dann fehlen eigentlich nur noch meine Settings. In der Videobeschreibung findet ihr dafür zwei Direktlinks zum Installieren. Einfach draufklicken und dann geht ihr hier auf Apply und Save. Ihr müsst nur sicherstellen, dass ihr keine ungespeicherten Settings habt. Speichert die sonst vorher ab, sonst werden die überschrieben. Alternativ könnt ihr auch einfach nur auf Save klicken. So, und da seht ihr meine Video-Settings. Die sind jetzt für einen Single-Screen mit 1440p. Falls ihr in 4K oder in 1080p spielen wollt, dann müsst ihr hier noch die Auflösung ändern. Und mit dem Custom Shaders Patch funktioniert das eigentlich genau gleich. Da ist auch in der Videobeschreibung ein Link. Draufklicken und dann auf Apply and Save. Und auch hier sind meine Settings für den Single-Screen. Das sind Ultra-Settings. Auf Triples oder in VR stelle ich da einiges um, um FPS zu sparen. Und die Settings für Triple und VR lasse ich euch ebenfalls unten in der Videobeschreibung da. Allerdings, wie gesagt, da mit ein paar grafischen Abzügen. Einfach um die FPS zu steigern. Und falls ihr ein ausführliches Tutorial zu VR braucht, das habe ich auch die letzten Tage gemacht. Checkt das gerne aus. Ich verlinke euch das jetzt hier einfach mal auf der Endcard. Aber das war es für heute. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Und denkt immer daran, ihr seid alle Champions. Ciao.